Die Herstellung von Bauteilen, das Machen, ist unsere Passion, unsere Begeisterung. Die schöpferische Fähigkeit, aus Grundmaterialien ein nützliches Produkt zu fertigen, das ist es, was uns wirklich motiviert. Wir sind HMB Composite. HMB Composite bietet die Möglichkeit, den Herstellungsprozess ganzheitlich abzubilden. Das beginnt mit der eigenen Konstruktion und setzt sich im Anlaufmanagement und der zuverlässigen Durchführung der Serienproduktion fort. Unsere Verfahren bieten herausragende Laminatqualität. Durch eine außerordentlich hohe Fertigungstiefe erreichen wir gleichbleibende Qualität, eine hohe Liefertreue bei effizienten Prozessabläufen. Faserhalbzeuge werden teilautomatisiert zugeschnitten und können mithilfe von Projektionssystemen mit kleinsten Toleranzen im Bauteil platziert werden. Den immer weiter steigenden Ansprüchen unserer Branche wollen wir entsprechen. Qualität und Kundenorientierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Dieser hohe Standard bietet ideale Grundlagen für Maschinenbau, Radsport, Automobilbereich, Rennsport, Medizintechnik, Bootsbau und Luftfahrtindustrie. Innovation, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Expertise und ein hoher Grad an Flexibilität und Kundenorientierung. Das sind die Werte, die unsere Kunden erfolgreich machen. Wir unterstützen Sie dabei und wir sind gut darin. Weitere Informationen finden Sie unter www.hmb-composite.com